Oder die neue Frage, die Julian Assange heute der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe vorlegen ließ. Er ist der Wikileaks-Gründer, der auch geheime US-Dokumente verbreitet hatte. Und jetzt Anzeige erstattete wegen US-Agententätigkeit gegen ihn auf deutschem Boden. Ist nicht genau das strafbar? Eine Exklusivrecherche des NDR und der Süddeutschen Zeitungen. Hier sitzt er fest. Amerikas Staatsfeind Nummer 1. In der äquadorianischen Botschaft in London. Nun setzt er sich zur Wehr. Wikileaks-Gründer Julian Assange hat in Deutschland Strafanzeige erstattet. Der Vorwurf, er sei 2009 in Berlin von einem US-Agenten ausgespäht worden. Sie haben wirklich alles drangesetzt, sagt Assange, und einen IT-Spezialisten der US-Marines extra nach Berlin geschickt, um mich und einen weiteren Netzaktivisten zu überwachen und einen Bericht zu schreiben. Dieser Bericht ist bis heute geheim. Doch im Prozess gegen den Whistleblower Bradley Manning sind Details öffentlich geworden. Denn dort musste der mutmaßliche Agent aussagen. Demnach besuchte er im Auftrag seiner Einheit die Konferenz des Chaos-Computer-Clubs in Berlin. In seinem Bericht stellte er anschließend sogar einen Zusammenhang zwischen Wikileaks und einer terroristischen Bedrohung der US-Streitkräfte her. Der Anwalt von Assange hält diesen Zusammenhang für absurd und die Aufklärungsaktion für illegal. Weil der Mann nicht aus purem Freizeitvergnügen den Kongress aufgesucht hat, sondern im nachrichtendienstlichen Auftrag. Er hat damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses ausspioniert und das ist eine Straftat. Der Straf- und Völkerrechtler Christoph Safferling bewertet diesen Vorfall als mögliche Verletzung deutscher Souveränität. Die Vertragungen des Chaos-Computer-Clubs sind ja keine Geheimtreffen. Das Problem liegt dann erst darin, was mit der Information dann geschieht. Und in einem Fall wie diesem, in dem dann auf nachrichtendienstlichen Wege Information weitergeleitet wird an entsprechende Behörden, da fängt es an problematisch zu werden. Weder die US-Botschaft in Berlin noch das zuständige Bundesinnenministerium haben bislang dazu Stellung genommen. Und wenn ihr euch ja 그il Kar lifetulierst, memberleitet Judah und dir das ein lahbo ordentliches cowboy Dann docked eine Anmmerung. Und sich der will, wenn ihr jetzt tallietet, der Marl disruptive vulnerable und auch schnell funktioniert. Und dann sehen uns, wer wir donner an die Erfindung von Film aufgebaut hast, Und dann gehen Sie warten. Bei ihm? Vielen Dank.